So, 20 vor 11, das ist kein Witz, 20 vor 11. Wir verlassen jetzt Föhrenhof und Stanzach, irgendwann. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Lechwegläufer. Die letzte Runde. Heute ist natürlich Samstag, der siebte siebte. Tag 6. Wenn dann der Sven irgendwann mal rauskommt. Hotel war schön, aber etwas unorganisiert in manchen Bereichen. Aber hübsch waren sie. Und da war auch eine dabei, die war ganz besonders. Eine war, die das Essen gebracht hat und die Tätowierte. Deine? In meinen Schätzchen, ja. Vielleicht hat er keine Nummer von ihr gekriegt oder ein Bild machen können. Schade. Ja. Gut, ich mache... Ah, da kommt er raus. Und? Alles paletti. Alles paletti. Alles paletti. instruments. Und? Oder dem oder die Elbe. Ja, oh, die Elbe. Ja, oh, die Elbe. Ja, oh, hui, ja. Deutsche Eck haben wir auch gefunden hier. Endlich mal wieder ein bisschen besseres Wetter in sich. Und hier machen wir mal schön krumme Bildchen hier mit dem Rhein und Mosel Unterschied. So, kurz mal weiter auf der Brücke. Ja, jetzt Wasserfall. Und einer fast perfekt blauen Lech. Kurz vor halb zwei. Einen wunderschönen Baggersee gefunden. Kann man nix gegen sagen. Ja. Glas klar. Ja, ich probiere jetzt auch mal, ob das hier klappt. Ja. Äh. Das müsste man nix auch sehen. Ja. Ja. 20 nach zwei. Kurz vor Mittag sind wir gleich. Da irgendwo machen wir gleich Mittagspause. Kurz nach halb fünf. Kurze Pausen gemacht, zwei Stück. Na, hier muss man essen und trinken leider getrennt zu sich nehmen. Verlassen eine wunderschöne Schlucht. Sind allerdings kurz vor Weißbrot oder wie das Kaffee heißt. Ne, wir verlassen jetzt Weißbrot und wir gehen jetzt Richtung unser Hotel. in Raufen. Ja. Höfen. Ja, ja. Höfen. Ja, ja. Wie ich eben schon sagte. Plauzenwetter aber total weit über, also mit Sicherheit mal 22 Grad haben wir Dicke. Endlich mal. Ja. Endlich mal. Endlich mal wieder. chi. Ja, ja, ja. Wic auf. Ja. Ja. Ziele Einmarschvideo. Fünf nach halb sieben. Hotel Lilje in Höfen. Haben wir auch mal geschafft jetzt hier. Eine weiter. Guten Tag. Da ist er. Wunderbar. Aber hat auch mal geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017